Wiesbaden, 13. Februar 1964. Es ist ein Donnerstagabend, als der Antiquitätenhändler Joachim Rinnelt völlig aufgelöst auf der Polizeiwache erscheint. Sein siebenjähriger Sohn Timo war vom Spielen nicht zurückgekehrt. Gegen 17 Uhr wurde der kleine Junge vor dem Haus seiner Eltern in der Wiesbadener Wilhelmstraße 17 zum letzten Mal gesehen. Was folgt, ist die größte Suchaktion im Nachkriegsdeutschland. Akte Mord. Dem Täter auf der Spur.